Hallo und herzlich willkommen Helldivers, ich hoffe euch geht's gut, ich wünsche euch einen geilen Start ins Wochenende. Wir hatten einen sehr geilen Start, denn wir haben eine perfekte Bot-Runde gespielt, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, das gestern Nacht im Stream war eine der letzten Runden. Ja, wir waren alle ein bisschen müde, aber es hat mega Spaß gemacht, war eine der geilsten Runden. Geile Commands, geile Calls, geil gespielt von den Jungs, einfach perfekt mit der Community zusammen agiert. Ja, als Einheit, als Helldiver-Einheit, die gelenkte Demokratie verteilt. Wenn du auch mal mit mir spielen möchtest, komm gerne in den Stream vorbei, manchmal mache ich natürlich Solo-Games, manchmal mache ich Games mit meiner Stammgruppe, aber oft nehme ich auch Leute aus der Community mit, kannst du gerne joinen. Unten in der Infobox ist mein Twitch-Kanal verlinkt. Wenn du noch Helldiver suchst, komm bitte auf unseren Discord, da findest du die besten Helldiver. Ja, sehr geile Kameraden, 1A-Leute, kriege ich immer wieder bestätigt und wirklich kann man sich auch super unterhalten. Einfach unten auch in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann let's go. Jetzt viel Spaß mit einer der besten Runden, die ich persönlich je gespielt habe mit einer Gruppe. Es hat mir eine Freude bereitet. Danke auch an die Jungs, die mitgespielt haben. Es war mir eine Ehre, mit euch in den Kampf zu ziehen. Und wie gesagt, viel Spaß mit diesem Gameplay. Let's go! Er ist raus. Er ist raus. Was? Oh Gott. Was ist mit dem Turm da hinten? Er lebt mir noch? Nee, der ist raus. Jetzt ist er raus. Ja, er ist doch nicht raus, Payne! Du Sau! Ja, der war gar nicht raus. Einer von euch hat nicht gehittet. So, komm, wir ziehen durch. Ich hab gehittet. Das sind schlimm. Wie wir alle hier stehen bei Tweet und warten, bis er vorgeht. Ja, normal. Er ist ja auch die Eins, ne? Tweet number one, bro! Ich bin number... Ja, da, da. Der muss raus. Ich bin Nummer drei. Fuck, der aimt schon auf uns. Aha. Alter. Doch, ciao, Junge. Hier holen wir die Geschenke. Zurück auf den Schraubplatz mit denen. Habt was gefunden! Easy game, meine Freunde. Bot, 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 ne? Ihr seid bereit für den Abwurf. Wir haben jetzt Zeit, wir haben Zeit. Ja, ah, okay. Ich mach den ersten, ich mach den ersten. Ich stehe jetzt so wie er... Pack die Kasaka nennst aus. Da ist er, da ist der erste. Ja, den hab ich. Ich hab den zweiten. Okay. Zu spät. Nimm den dritten. Zu spät. Lattung, Chef, das geht erst. Waren alle zu spät. Der ist jetzt erst bei mir gelandet. Jaja, aber die haben schon gedroppt. Aber die kann ich ja... Wenn die kurz noch stehen bleiben... Ist gut, ist gut, alles gut. Nee, also das ist eine Frage, ne? Ihr müsst halt, ihr müsst halt, sobald ich halt... Also, sobald die kommen... Pass auf, der links ist da. Ja, sobald die kommen, müssen wir, ähm, müssen... Jo. Musst du laden halt, ne? Mhm. Und die kommen ja, wenn der erste kommt, ne? Ja. Da kannst du eigentlich deine schon laden, eigentlich. Wenn du die zwei hast, ne? Also sagen wir, ich nehm eins, Payne nimmt jetzt immer zwei und du nimmst die drei und Alan nimmt die vier, ne? Ja. Secure. Okay, dann habe ich es auch immer falsch gemacht. Ich habe erst geladen, wenn er kam. Nee, du musst jetzt schon ein bisschen prädikten. Ja, 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 Digger. Du musst du prädikten. Okay, okay. Aber krass, aber... Deswegen, ich lade dir auch schon immer vor. Der darf gar nicht, der darf gar nicht, die Mobs droppen, sonst droppen die. Ja, normal, ja, das stimmt, aber... Mauladen ist krass, Alter. Das ist schon sehr wild, bro. Ich habe alle drei reingeschafft. Unendlich, Moni. Ascanio, ich wünsche dir einen schönen Start ins Wochenende, mein Freund. Halt die Ohren steif, du geiler Bock. Und gute Besserung weiterhin. So, wir haben eine Wechselung geschützt. Wir werden uns ja verfallern. Dankeschön. Danke dir. So, die... Ja, den Halt first, den Halt first. Ich setz jetzt die erste... Ich setz mal hier, damit wir ein bisschen Ruhe haben, ein Orbitalfeuer rein. Ich call an den nächsten. Orbitalfeuer strahlt? Ja, ja, wir haben ja nur den. Der Halt hier, den von hier kriegt ihr den ein. Ja, alles down. Das ist auch ein bisschen Ruhe. Ja, alles down. So, und sobald das erste Schiff kommt, fängst du kurz danach an zu laden. Da ist das erste Schiff, da ist das zweite. Okay, jetzt bin ich das dritte. Ah, Alter. Das war schlecht. Also ich seh hier, von drei Schiffen haben drei Leute jetzt verkackt, oder was? Bei mir war die Fahnen schon früher fertig. Okay, ihr seid Noobs. Also ihr habt wirklich jedes Schiff von Kack, Digger. Ich nehm das erste. Jetzt ein Laser. Ähm, du, Schulze. Ein Laser rein. Was ist hier eigentlich? Gut, 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 gut. Der ist geil, ne? Der ist heftig, Alter. Der chillt da einfach mal. Hier, hier sind Vorräte, Jungs. Einen hat der... Ich hab für mich gar keine Schüsse mehr, gar nicht. Einen Titan raus... ne, einen Panzer. Panzer! Hier sind die Vorräte da hinten, holt euch den Star. Und dann ziehen wir weiter. Guck mal, ist doch relaxed. Wir sind glaub ich noch nicht ein einziger, ist noch nicht einmal gestorben. Es ist einfach koordiniertes Spiel. Da ist safe. Ist einfach ganz ruhig, ihr, ihr macht super mit. Heinz A. Aber einfach zum Schießen müssen wir auch üben, ne? Ja, das... ja, gut. Das müssen wir noch ein bisschen üben, aber gut, man kann ja nicht alles haben. Na, true, ey. Es muss halt Sachen geben, wo man auch schlecht drin ist, ja? Hier ist noch ein Panzer, on me. Boah, ich muss mich jetzt mal an eine schweren Rüstung gewöhnen. Noch nie gespielt. Der kommt hier um die Ecke. Der kommt um die Ecke? Für die anderen, ne? Haha, yo, boy. What's happen? So. Dann ziehen wir weiter. Da, bitte, Payne. Jetzt Orbital Laser rein. In die Base. Schöner Long Throw. Also wir gehen noch näher dran und dann wirst du schön da rein. Schön Football. 150 Punkte oder wie viel es da gibt. Zeig rein, Junge. Primärziel in der Nähe. Hat er da 64 ab? Payne, wir... Für die gelenkte Demokratie. Stark! Er ist in der Probe, geht damit. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Landungsschiffe! Landungsschiffe? Ich nehme das erste. Er ist zweite. Oder auch nicht mit zwei. O Pansa... Der ist durch, der ist durch. Dein Laser noch, dein Laser noch, Alan? Ja. Das ist der Kaffstein. Mal mit Lash, mal mit Lash. Jetzt sehen wir erstmal hier die Situation. Auf dem Panzer brauchen wir noch die Quasar-Tanons. Down, down, down. Wo ist der andere da hinten? Und... Bam! Der ist sauernd. Ander, down! Oh, da ist noch einer. Ja, noch ein dritter dahinter. Noch einer? Der ballert auf mich, der Panzer. Markiere Position. Schwer, Stingriff, bei meiner Position. Er hat einen von mir. Jawohl. Oh shit, hier sind die Raketen, Heinis. Oh ja. So, geht nicht. Schön, wir folgen jetzt. Ja. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Ich hole hier Vorräte. Sehr clean alles. Komplett als Einhalt. Let's go. So gefällt mir das. Sehr starkes Spiel von euch. Wir haben Ausrüststoff. Sehr stark. Ihr könnt die SD holen. Hier reinstecken. Ich mach's noch nicht an, weil wir holen erst die Vorräte, weil dann explodiert das. So. Jeder einmal Vorräte. So. Einmal Vorräte. Einmal Vorräte. Jetzt mal. Na, glaube ich. So. Starke dich auch mal. Ah. Der Kugel ist jetzt an. Oh, da kommt eine Patrouille. Ja lass sie, lass sie, lass sie. So. Magazin. Ich übernehme das Terminal. Wir springen hier raus. Runter, runter, runter. Geh die vier weg. So, wir gehen weiter. Und rechts ist der Kopfstein. Jetzt stellen wir uns hier auf den Stein und schießen da vorne mit den Quasar-Tanons die Schiffe ab. Erst ne, ein Mod noch weg. Jetzt. Die Schiffe da. Ich mach das hier in der Mitte, was schrecklich ist. Lauf. Was sind denn Schiffe? Lauf. Ja, sauber. Sauber. Ich hab hier keinen. Nö. Genau das freut mich. Seht ihr? Wir ziehen weiter. Eifert vorwärts. Wir kehren. Um. Der, ähm. Ja, den Botabfuß lassen wir da stehen. Den brauchen wir nicht spielen. Oh, komm. Just for fun nehmen wir die Schiffe runter zum Üben. Ich nehme das erste Payne, das zweite und so weiter. So, der hört schon, da kommt der, da kommt schon der Schuss. Zack. Da muss jetzt die zwei schon geladen sein. Ja, der war da daneben, sauber. Oh. Alter. Hehehe. Ey, eine Millisekunde, das ist auch scheiße. Ich glaub ich drück. So, der, der Dings. Beförderung erteilt. Danke für dein Abonnement. Bordst du eben den Stein gesehen? Du bist jetzt offiziell ein Teil der Helldivers Elite. Jo, man, bin fein. Jo, dankeschön für deinen, äh, Prime. Wo? Ich war drüben. Ja, dann holen wir den jetzt grad ab. Kein Death, Jungs. Kein einziger Death bis jetzt. So clean. Danke für deinen Follow Helldiver. Für die gelenkte Demokratie. Ich bin ein Delfin. Ich bin ein Delfin. Aua. 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 Schmerzen. Ausrüstungspaket unterwegs. Lauf du durch zu den Steinen. Ich warte hier bei den Vorräten. Jo. Neues Magazin. Mäh. Hahaha. Silber, Alter. Hab was gefunden. So, dann gehen wir runter. Neues Magazin. Neues Magazin. Neues Magazin. Neues Magazin, Lea. Ja. die nehmen wir raus ist wieder so eine fabrik ne ja nehm mal bitte den einer raus ja schon weg glaube ich jetzt solltet er weggann so jetzt gehen wir hier oben die fabrik klären entspannt oder ist ja schon in die fabrik kommt mein laser er war der orbitalfeuer das ist wir sind aber noch nicht durch irgendwo muss noch eine fabrik dahin jetzt können wir nicht mehr tollen ja dann müssen wir jetzt nah dran das ist da oben wir gehen über die rechte flanken wir lassen die platz links stehen dürfen heute naja den sehe ich deswegen sagt wir gehen über die rechte flanke ich will sehen ob ich die mit der kasa keine rausnehmen kann hier am berg vorbei wie findest du noch verbessern dürfen von japan der liberate kommen nicht her können wir nicht spielen sehr stark 5 dominator ist gut aber ich liebe immer noch nicht mehr und ich habe keine motion mir fällt mir gerade auf dass ich mir gerade darf durchlaufen die liberator da ist besser geworden auf jeden fall aber ich sag dir ehrlich mir geht die muni zu schnell leer breaker ist absolut zuerst gegen bugs wir versuchen nicht zu pullen bleibt hier dicht am stein ja toll sicher wir müssen alles auch ok wir müssen ihn spielen zusammen wieder rein wir haben bot call ich nehme das erste 2 2 3 4 die rücken vor da ist ein panzer wir rücken zurück ich mache den ersten schuss ja sehr gut noch einer sehr schön sehr schön jungs sehr schön die rücken vor links die mobs müssen raus sehr gut jawohl seine partie nehmen wir raus ready 321 und feuer den turm hätte ich gern noch weg ja warte bist du warte noch kurz mit der wollen wir warten noch ein jetzt jetzt auf die fresse fliegt man das ist der neue ein bisschen spät aber getan wir schießen hier drauf ja ja ich weiß wir müssen uns beeilen wir bleiben ein bisschen in bewegung ein bisschen abgeschlossen ohne das sehr schön wir gehen jetzt die artillerie rausnehmen land und schiff 1 habe ich gut 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 ist in ordnung ist in ordnung schön die zwei egal macht direkt auf den dicken zurückfallen lassen zurückfallen lassen zu mir zu mir werft nades wenn ihr euch nicht sicher mit den nades ja hier durch die durch die durch die durch die durch ellen kommen ellen kommen wir werden vorrat wir werden den vorrat bewegt doch ein bisschen wegen der art guckt in luft da kommt eins ok ich verstehe die holen wir jetzt weg jetzt rein und jetzt gehen wir die weg holen da kommt eine part rein ein laser bitte zwei ist schulze schulze laser da rein schnell geht in deckung geht in deckung die haben uns schon getrackert gut 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 lasst das schluss nicht hinten der feindlichen artillerie pain 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 du auch noch einen da rein aufpassen auf die artillerie noch die schießt ja immer noch perfekt jungs was ist der da hin so kommt hier hinten hin wir gehen hier raus ohne wer es los kommt das unser ziel jetzt da gehen muss der beste nach 50 meter so wer hat jetzt noch ich hab ab ich hab ab und du hast ab ja wir haben alle den noch aber den nächsten der jetzt ready ist überraschungen mitnehmen diese probe wird uns im krieg weiter bringen und schaust zu besser als kino hört auf jetzt hört auf jetzt jetzt bald ernst wird ernst evakuierung möglich sobald ihr bereit seid ein trigger oder einen guten hunger ne lass dir dein popcorn schmecken so pass auf wir bleiben hier oben und dann falls was passiert ziehen wir uns hierhin zurück und dann nehmen wir hier die steine und gehen in deckung vor der evakuierung an vor der evakuierung an evakuierungs anfrage bestätigt hier liegen noch vor der wir gehen jetzt erstmal in deckung liegt das hin alle hier hinlegen und jetzt kommen hinter uns schießen das sind kleine schießen schießen nichts kein botvolk kein botvolk komm 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 sauber Es gibt no death run. Auf neun. So. Liegt an der Mission und an dem, also random, einfach random. Wir haben noch einen Teil. Ankomst Zeit, T-1 Minuten 30 Sekunden. Laser, meiner geht Hier sind auch welche Pass auf wegen dem Laser Mich das hier durchzieht Dein Laser werfen Ne, ok, brauchen wir nicht Halt ihn, halt ihn noch Ankunftszeit, 10-1 Minute Nächsten Laser wirft Pain Einfach prediktet reinwerfen, wenn er noch eine PAD kommt Jo Komm, 25 Sekunden noch, dann haben wir No Death Run Werfen, werfen, werfen Oh, Bro, Bro, Bro Wir haben einen Egal, zurück da, zurück da, Pain Geh zurück, werf deinen Dings Einer noch, einer hat noch einen Ja Werfen, werfen, werfen Weg da, Pelikan kommt in die Mitte Pain, runter Oh, Alter Halt, mach doch schwoll, mach doch schwoll Rein, 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 rein Haha No Death, Digga Let's go Ich bin doch runtergesprungen vom Hügel, ey Oh, Alter Wie ist Turbine auf den Kopf geflogen, ey DOOM Ciao Geil Ich nehm nie wieder einen schweren Rüstock, ey So'n Scheiß Und Crash Auf Wiedersehen G Line